Liebe Brüder und Schwestern und liebe Besucher, ich grüße euch auch ganz herzlich zu diesem dritten Advent. Und wir haben ja schon einiges gehört über unseren Herrn Jesus Christus. Und jetzt möchte ich uns die Frage stellen, wer ist überhaupt Jesus Christus? Das soll das Thema sein in dieser Botschaft. Wer ist Jesus Christus? Auf die Frage, wer ist Jesus, bekommen wir, wenn wir auf der Straße fragen würden, die unterschiedlichsten Antworten. Viele würden sagen, es war ein guter Mensch, es ist ein Religionsstifter gewesen, vielleicht ein Prophet, das sagen auch Moslems über Jesus oder Isa, wie sie ihn nennen, oder ein Lehrer, ein Denker, ein Philosoph, der Begründer der christlichen Religion. Er hat Gutes getan. Manche würden vielleicht sogar sagen, er hat Wunder getan. Er hat Kranke geheilt. Nun, viele dieser Aussagen sind durchaus richtig, aber sie umfassen nicht die ganze Wahrheit. Das Entscheidende hat bei all dem, was ich genannt habe, gefehlt. Und das hören wir, wenn wir im Wort Gottes aufschlagen, in Matthäus 16. Da gab es auch eine Situation in Caesarea Philippi. Das ist ganz oben, wo der Jordan entspringt. Und da ist auch die Offenbarung des Herrn geschehen. Wer er ist, hat er ganz klar hier offenbart, auch auf dem Berg der Verklärung, aber auch hier bei dem Bekenntnis. Und ich möchte lesen Matthäus 16, Abvers 13. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger, was sagen die Leute, wer ich, der Menschensohn, sei? Sie sagten, einige sagen, einige sagen Johannes der Täufer, andere Elia, wieder andere Jeremia oder einer der Propheten. Er sagte zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete ihm, glückselig bist du, Simon, Jonas Sohn. Denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich möchte noch mal mit uns beten. Wir können dazu aufstehen. Allmächtiger, heiliger Gott, danke, dass du deinen Sohn in diese Welt gesandt hast, dass er mehr ist als ein Prophet, mehr als jeder Mensch, sondern dein einziger Sohn. Und wir beten dich an, allmächtiger Gott, und auch dich, Herr Jesus, der du lebst und regierst, der du von den Toten auferstanden bist und auch jetzt mitten unter uns bist. Leite uns weiterhin durch deinen heiligen Geist, dein Wort recht zu verstehen. Amen. Bitte nimm Platz. Ein bekannter Evangelist hat einmal ein Beispiel erzählt. Er hat, als er mit seinem Sohn spazieren ging, ihm einen Ameisenhaufen gezeigt und sein Sohn ist in diesen Ameisenhaufen hineingetreten. Und das soll man ja nicht tun. Und dann sagte der Evangelist, das darfst du nicht tun, denn diese Ameisen, die haben eine ganz gewisse Ordnung. Aber jetzt ist diese Ordnung durcheinander geraten. Und so ist es auch bei uns Menschen. Er hat dann uns Menschen mit den Ameisen verglichen. Bei den Ameisen ist das Chaos eingetreten, wenn man da so wüst das zerstört hat. Aber es soll wieder Ordnung hineinkommen. Und wie könnte jetzt im Ameisenstaat wieder Ordnung, wieder Heilung einkehren? Es müsste ein Wesen kommen, das mächtiger ist als die Ameisen und ihnen hilft. Aber wie soll sich dieses Wesen den Ameisen verständlich machen? Nun, es gibt nur eine Möglichkeit, sich verständlich zu machen mit dem Ameisenvolk, indem man selber sich auf die Ebene der Ameise begibt und selber eine Ameise wird. Und seht ihr, das ist ein Beispiel aus der neueren Zeit. Steht so nicht in der Bibel, aber wir können daraus erkennen, wir selber sind klein wie Ameisen vor Gott oder wie Staubkörner. Aber wenn man es mit den Ameisen jetzt mal vergleicht, müssen wir auch erkennen, in unserer Welt ist das Chaos, die Unordnung eingebrochen. Beginnend mit dem Sündenfall, der sich über alle Generationen weiter vererbt durch die Erbsünde, die Ursünde der Ureltern Adam und Eva. Und das ging ja dann weiter. Auch nach der Sintflut gab es dann genauso wieder Sünde bei den Nachkommen Noahs, auch bei Noah selber schon. Und doch schreibt Gott mit uns sündigen Menschen seine Heilsgeschichte. Und wie hat nun Gott das gelöst, dass er uns kleinen Menschen, die wie Ameisen sind, vor ihm hilft, indem er selber zu uns kam, indem er sich selber gleich machte mit uns Menschen in seinem Sohn Jesus Christus. Er wurde geboren durch einen Menschen, durch Maria. So hat er Fleisch und Blut bekommen, einen irdischen Leib. Aber er wurde in einzigartiger Weise gezeugt durch den Heiligen Geist. Nicht durch Zutun eines Mannes, nicht durch das Fleisch, sondern durch den Heiligen Geist. Als nur ein Wesen, das sich ganz auf die Ebene der Ameisen gibt, kann den Ameisen helfen. Und nur ein Wesen, das sich ganz auf die Ebene von uns Menschen begibt, kann uns Menschen helfen. Und das hat Gott getan in seiner Liebe. Er hätte es nicht nötig gehabt. Aber gerade in der Advents- und Christfestzeit werden wir daran erinnert, dass Gott Mensch wurde. Gott wurde wie wir. Und im ganz harte Wort Fleisch gebraucht, um deutlich zu machen, Fleisch vergänglich, das Sterben konnte am Kreuz. Aber mit dem einen Unterschied, Jesus Christus hat niemals gesündigt. Er hat keine Schuld vor Gott auf sich geladen. Und deshalb konnte er sterben, stellvertretend für uns als das sündlose Opferlamm. Das ist das einzigartige, was mit keinem vergleichbar ist, mit keinem Menschen, auch mit keinem Religionsstifter, mit keinem Philosophen oder sonst jemandem allein, der Sohn Gottes konnte, weil er ohne Sünde war, als das Opferlamm stellvertretend für dich und mich sterben. Und wir werden heute einige der Titel Jesu betrachten. Auch das Lamm ist dabei und der Löwe gleichzeitig, der Löwe von Judah, der Heilskönig. Das ist kein Widerspruch, denn in Jesus ist das alles vereinigt. Er ist der Herrscher, der kommen wird in Macht und Herrlichkeit, wie wir gerade gesungen haben. Aber er ist gestorben bei seinem ersten Kommen in Bethlehem als das sündlose Opferlamm. In einem Missionsbericht hat ein Missionar eine Begebenheit erzählt. Die Eskimos, bei denen er gelebt hat, sie hatten kein Wort, das so etwas bedeutet wie der Heiland, der Retter oder der Erlöser. Und als der Evangelist das Evangelium in die Eskimosprache übersetzen wollte, da brauchte er ein Wort, das praktisch den Heiland ausdrücken soll, den Retter. Und dann kam er schließlich auf den rettenden Gedanken. Für diese Übersetzung ist ja nicht einfach, wer schon mal eine Bibelübersetzung miterlebt hat, wie man da die Begriffe in diesen Sprachen, in diesen Kulturen findet. Und dann hat er gefragt, kommt es nicht vor, dass ihr im Meer mit dem Tode ringt und dass ihr dann durch einen Freund oder Bruder gerettet werdet aus dem tosenden Meer, der euch aus dem Boot heraus die Hand entgegen streckt und euch herauszieht? Und dann sagten die Eskimos, ja, das kommt oft vor. Und dann fragte der Missionar, der Bibelübersetzer, welchen Begriff verwendet ihr für diesen, der euch aus dem Wasser herauszieht, bevor ihr untergeht. Und dann sagten sie in ihrer Eskimosprache ein Wort, das bedeutet ein Freund, der einen Ertrinkenden rettet. Dieses Eskimos-Wort, ein Freund, der einen Ertrinkenden rettet. Und dann hat der Missionar genau dieses Wort, dieses Retters für seine Bibelübersetzung verwendet. Ein Freund, der einen Ertrinkenden vom Tode errettet. Und auch im Hebräischen heißt ja Jesus, Jeshua oder Joshua, auch Joshua kommt daher. Das heißt Hilfe oder Rettung. Hilfe und Rettung. Und Christus, das ist der Titel, den Jesus von Nazareth trägt. Christus oder griechisch Christos, das heißt der Gesalbte, der mit dem Öl gesalbt ist. Das Öl, das praktisch den König kennzeichnet. Und da sind die zwei Ankünfte Jesu gekennzeichnet. Das erste Kommen in Niedrigkeit, als der, der als der Stellvertretende das Lamm für uns starb, der uns die Erlösung erwirkt hat am Kreuz auf Golgatha und durch die siegreiche Auferstehung. Und das zweite Kommen, da wird er dann kommen als der Gesalbte Heilskönig in Macht und Herrlichkeit. Jesus Christus. Die Bedeutung des Namens. Wir merken, jedes Wort in der Bibel hat eine ganz tiefe Bedeutung, allein schon der Name unseres Herrn. Nun gibt es ja viele Bezeichnungen. Jesus möchte ein paar mit uns betrachten in aller Kürze. Es wird zum Beispiel auch Jesus als Prophet vorausgesagt in 5. Mose 18, Vers 15. Da steht geschrieben, einen Propheten wie mich wird der Herr dein Gott dir erwecken aus dir und aus deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. Ja, Jesus ist ein Prophet. Er hat den Menschen geoffenbart, was in ihrem Herzen ist. Er hat auch die Zukunft daraus gesagt. Er hat in der Endzeitrede gesagt, was alles kommen wird. Nur den Zeitpunkt, der ist im Vatergeheimnis Gottes verborgen geblieben. Wenn er denn gesagt hätte, hätte keiner mehr konkret gewartet. Deshalb muss uns der Zeitpunkt verborgen bleiben. Aber sonst hat er die ganzen Zeichen der Zeit genannt, die wir heute erleben, dass Israel wieder entsteht, dass Erdbeben und Katastrophen zunehmen, dass eine weltweite Christenverfolgung sich ausbreitet, dass der Glaubensabfall in den christlichen Kreisen voranschreitet, dass viele falsche Christusse und falsche Propheten auftreten, dass die Globalisierung sich entwickelt. All dieses ist in der Bibel schon vorausgesagt, was im ersten Jahrhundert noch keiner wissen konnte. Aber Gott hat es gewusst und hat es in seinem Sohn geoffenbart. Jesus ist ein Prophet. Jesus wird auch bezeichnet als der Eckstein in Matthäus 21, Vers 42 etwa oder auch schon prophetisch vorausgesagt tausend Jahre vorher im Psalm 118, Vers 22. Ich werde es jetzt nicht mit uns alles aufschlagen. Aber der Eckstein ist der entscheidende Bau eines Bauwerks und diesen Stein haben die Bauleute verworfen. Das waren damals die führenden Israeliten oder Juden seinerzeit, die eifersüchtig waren auf ihn. Es waren nicht alle, die ihn abgelehnt haben, auch nicht aus dem Volk Israel. Wir dürfen kein Pauschalurteil über irgendein Volk oder eine Nation treffen, sondern es waren die führenden Leute, ein Großteil davon, die eifersüchtig waren. Sie haben ihn ans Kreuz ausliefern lassen. Aber Gott hat es vorher bestimmt. Durch die Kreuzigung kam gerade die Erlösung. Und so hat Gott aus dem, was der Teufel an sich wollte, den Messias auslöschen, ja, aus dem hat Gott das Gute gemacht, nämlich die Erlösung. Durch sein Blut sind wir gerettet, soweit wir das im Glauben angenommen haben. Das ist das Entscheidende. Nur wer es im Glauben, im Vertrauen annimmt, wird auch ein Kind Gottes. Für die anderen ist der Himmel verschlossen. Aber auch du, liebe Seele, kannst ein Kind Gottes werden, wenn der Himmel offen ist für dich. Denn Gott möchte jeden einladen, dass der Mensch gerettet wird. Jesus ist also der Eckstein, der entscheidende Stein, der praktisch verworfen wurde von den Bauleuten, aber doch die Grundlage ist der Gemeinde. Dadurch ist er unsere Grundlage auch für unsere Gemeinde, die unsichtbare Gemeinde weltweit und auch die sichtbaren Gemeinden, die in der Endzeit nicht abgefallen sind vom Wort Gottes, die bibeltreu noch geblieben sind. Wir müssen kurz unterbrechen, auch die Aufnahme bitte. Jesus ist der Eckstein, Jesus ist der Gesandte, Schaliach, der Gesandte. Das heißt, der Vater sendet seinen Sohn in die Welt und wir haben im Gleichnis der bösen Weingärtner im Neuen Testament schon gehört. Erst hat Gott seine Propheten geschickt im Allentestament und dann, als die Zeit erfüllt war, seinen Sohn. Die Propheten haben sie verfolgt und getötet und den Sohn haben sie auch getötet. Und der Teufel bewegt die Menschen, dieses zu tun. Aber wie schon gesagt, durch die Tötung des Sohnes wurde uns das Heil zuteil. Da hieß es einmal gesagt, der Menschensohn muss ausgeliefert werden, aber wehe dem Menschen, der ihn ausliefert, der ihn verrät. Vor allem auch Judas Ischariot ist hier gemeint, aber auch alle, die Jesus ablehnen. Jesus ist auch der Meister. Er wird als der Meister bezeichnet. Epistrata, das ist der, der über den anderen gesetzt ist, der das Sagen hat, der die Autorität besitzt. Jesus besitzt die absolute Autorität. Am Ende des Matthäus-Evangeliums sagt der Herr Jesus selber, dass ihm alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Und in Philipper 2 steht, dass alle Knie sich beugen sollen, derer, der im Himmel, auf Erden und auch derer, die unter der Erde sind. Die einen werden ihre Knie freiwillig beugen, die ihn angenommen haben, und die anderen werden ihre Knie beugen müssen. Das ist keine Allversöhnung, sondern die einen werden es müssen, aber sie sind dadurch nicht gerettet. Sie werden dann zähneknirschen erkennen müssen, er ist doch der Erlöser gewesen. Und wie töricht war ich, mich vom Teufel betrügen zu lassen und ihn nicht rechtzeitig zu Lebzeiten angenommen zu haben. Wirst du deine Knie freiwillig vor dem Herrn beugen oder unfreiwillig? Jetzt ist noch die Zeit der Entscheidung, der Gnade, wo jeder Mensch die Wahl hat und die Entscheidung treffen kann. Jesus ist der Morgenstern. Mit diesem Titel wird er bezeichnet und bezeichnet sich auch selber in Offenbarung 2, 28 und Offenbarung 22, 16. Der Morgenstern ist der hellste Stern, der den Tagesanbruch ankündigt. Wenn der Morgenstern kommt, dann, so die Symbolik, kommt auch das Reich Gottes. Und mit dem Kommen Jesu in Bethlehem ist das Reich Gottes schon angebrochen, inwendig in uns und auch in den Gemeinden in der Welt, da wo das Wort noch bibeltreu verkündigt wird. Aber es ist noch nicht sichtbar weltweit aufgerichtet, dass wir das mit dem zweiten Kommen des Herrn geschehen. Zunächst im tausendjährigen Reich auf dieser Erde und dann in alle Ewigkeit im himmlischen Jerusalem, wenn neuer Himmel und neue Erde erschaffen sind, gemäß Offenbarung 20 bis 22. Jesus wird auch bezeichnet als der Davids Sohn, der Sohn Davids. So mehrfach auch im Neuen Testament. Das heißt, er ist der König, denn David, das war der König Israels nach Saul. Der erste wirkliche König Saul war leider, hat versagt. Aber David ist der König, trotz all seiner Fehler und Sünden, der doch ein Mann Gottes war. Und zwar deshalb, weil er ein bußwertiges Herz hatte. Er hat Reue empfunden über seine Sünden. Er hat sie vor Gott bekannt und gebracht, etwa als Nathan kam und ihm den Ehebruch und den Mord aufzeigte. Das hat ihn unterschieden von anderen Menschen, die eben nicht diese demütige und um Vergebung flehende Haltung haben. Manche fragen sich ja, warum ist David ein Mann Gottes, der doch auch so viel Unrecht getan hat, aber weil er ein demütiges und bußwertiges Herz hatte. Das ist das Entscheidende. Andere Könige, andere Menschen haben das oft nicht gehabt. Jesus ist der wahre Weinstock. In Johannes 15 spricht er, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Nur wenn wir am Herrn Jesus angepfropft sind, auch als die Heidennationen heute. Ursprünglich steht der Weinstock auch als Bild für Israel, des alten Bundes. Aber wir sind gemäß Römer 9 bis 11 als die aus den Nationen Geretteten eingepfropft in diesen Weinstock Israel. Dann sind wir am Blutkreislauf des Lammes angeschlossen. Dann haben wir die Kraft vom Herrn, dann können wir in der Abhängigkeit von ihm leben und dienen. Aber ohne ihn können wir nichts tun. Wir können zwar schon viel tun ohne Jesus, aber es ist nur, ich sage mal, eine Schaumschlägerei. Es kommt nichts dabei heraus. Bevor ich gläubig war, da habe ich auch alle möglichen Aktivitäten getan für Umweltschutz und Gesundheit und ihr wisst es ja, die mich kennen. Aber das war alles in die falsche Richtung. Für das ewige Leben hatte ich nichts getan. Ich hatte auch nichts getan, dass Menschen gerettet werden für die Ewigkeit. Nur, dass sie äußerlich gesund bleiben, Fitness. Und der Mensch, der halt Gott nicht kennt, der denkt nur an das Irdische, möchte möglichst alt werden. Heute gibt es ja schon Versuche einer transhumanistischen Technik, wo sie versuchen, wenn der irdische Leib zerfällt, dass sie irgendwie die Gehirnwellen auf Computer speichern, dass der Mensch ewig leben soll als Computerwesen. Ich weiß nicht, ob ihr schon davon gehört habt. Man will also die Teile des Gehirns irgendwie konservieren, dann in Computer einbauen. Und wenn die Knochen zerfallen, bleibt wenigstens noch das Gehirn oder seine Wellen übrig. Also das ist der Mensch, der nicht bereit ist, zu Gott zu gehen, der nicht bereit ist für die Ewigkeit. Er versucht, dieses irdische, armselige Leben endlos zu verlängern. Wie traurig, wenn Menschen so auf das Irdische begrenzt sind. Nein, Jesus ist der wahre Weinstock und nur in ihm haben wir die Verheißung dessen, dass wir sinnvoll hier leben, sinnvoll handeln und auch in die himmlische Herrlichkeit eingehen. Jesus ist das Wort. In Johannes 1 und 1. Johannes 1 wird praktisch der Schöpfungsbericht aufgegriffen. Da heißt es ja im Schöpfungsbericht in Genesis 1, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und da heißt es, und Gott sprach. Und dieses Sprechen, das ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist gleichzeitig die Person, der ewige Christus, der in Jesus von Nazareth Fleisch wurde. Also wenn man fragt, wo Jesus zum ersten Mal vorkommt, schon im allerersten Vers der Bibel. Denn es heißt, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und für Gott steht Elohim. Und Elohim im Hebräischen ist ein Plural, also Mehrzahl. Und da ist die Dreieinigkeit Gottes schon enthalten. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Schon im allerersten Vers. Ja, ist das nicht wunderbar? Und ja, dieser eine ewige Gott hat durch seinen Sohn alles geschaffen. Und der Geist Gottes brütete über den Wassern. Das steht dann auch schon in den ersten Versen der Bibel. Wir haben hier schon den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Schon in 1. Mose 1. Und dann in Johannes 1. Gott schuf durch das Wort. Und das Wort wurde Fleisch. In Kolosser 1, Vers 16 lesen wir, denn durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Drohne oder Herrschaften oder Fürstentimmer oder Obrigkeiten. Es ist alles durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Und das Entscheidende nun, habe ich noch ausgespart, wer sich erinnert an unsere Bibelstelle Matthäus 16, du bist Christus, also der Heilskönig, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Gottes Sohn. Das ist das, was die Menschen heute oft nicht mehr wissen, weil sie verführt wurden durch eine liberale Theologie, weil sie verführt wurden durch Islam, weil sie verführt wurden durch Sekten wie die Zeugen Jehovas, die allesamt die Gottessohnschaft Jesu Christi leugnen. Der Teufel hat kein anderes Ziel, als die Gottessohnschaft Jesu Christi zu leugnen. Aber im ersten Johannesbrief lesen wir, wer den Sohn hat, hat das Leben. Hier ist es übertragen in diesem Plakat. Im Original steht ja, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wir haben hier stehen, wer Jesus hat, hat das Leben. Das ist natürlich die Interpretation dieser Stelle schon. Jesus ist der Sohn Gottes. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Und dann steht auch klipp und klar, im ersten Johannesbrief mehrfach, wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. So einfach ist das. Und das können wir jedem liberalen Theologen, jedem Moslem und jedem Zeugen Jehovas entgegenhalten. Wenn du den Sohn Gottes nicht hast, wenn Jesus für dich nur ein Prophet ist oder der Erzengel Michael, wie bei den Zeugen Jehovas, nur ein Engel und ähnliches, dann hast du nicht das ewige, erfüllte Leben. Dann musst du immer noch dich selber versuchen zu erlösen, was niemals gelingen kann. Auch nicht durch die fünf Säulen des Islam, auch nicht durch das Stehen an den Ecken jeden Tag, wie es die Zeugen Jehovas machen. Es ist zwar bewundernswert, wie sie sich einsetzen, aber die müssen das tun, um sich selber zu erlösen. Während wir, wenn wir auf der Straße stehen, es tun aus Liebe zum Herrn und zu den Menschen und nicht, weil wir uns selber noch erlösen müssten. Wir sind ja schon erlöst durch das Blut des Lammes Jesus Christus. In Matthäus 14, 33 lesen wir, die aber im Schiff waren, kamen und fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrlich Gottes Sohn. Sie haben erkannt, als der Jesus den Sturm gestillt hatte, das kann nur Gott und viele andere Wunder, vor allem auch die Auferweckung der Toten. Nur Gott kann Menschen vom Tode auferwecken und das kann Gott eben auch als Sohn. Und selbst der heidnische Hauptmann muss nach der Kreuzigung Jesu, der das ja als Ungläubiger miterlebt hat, muss er am Schluss als Gläubig gewordener sagen oder darf sagen und bekennen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Das ist nur ein Fehler in diesem Satz des Hauptmanns gewesen. Er sieht es immer noch mit der Brille, dass da einer gestorben ist, aber wir wissen ja, er ist drei Tage später auferstanden und wurde dadurch als Gottes Sohn bestätigt in Macht und Herrlichkeit, in Power and Glory. Ich sage es auch, ein paar englische Worte für unsere Freunde aus dem Iran, wo unsere Brüder gerade verzweifelt versuchen, das zu übersetzen in dem Tempo, wie ich das jetzt gesagt habe. Vielen Dank euch, Brüder. Ja, nun möchte ich noch einen letzten Punkt nennen. Das Lamm und der Löwe, habe ich schon erwähnt. Jesus ist das Opferlamm, das fehlerlos ist, für uns geschlachtet wurde und gleichzeitig der Sieger, der Löwe von Judah, der König. Aber, und damit möchte ich schließen, da habe ich auch zwei Beispiele. Ich hoffe, ihr könnt dann auch noch schlafen. Manchmal ist es aber auch gut, wenn man eine schlaflose Nacht hat und auch aufgerüttelt ist in seinem Sündenschlaf. Jesus ist auch der Stein des Anstoßes und zwar für alle die, die über ihn stolpern, die ihn nicht annehmen, die auf dem Wege sind, verloren zu gehen. In Matthäus 11, Vers 6 oder 13, 57 und anderen Stellen wird Jesus als ein Skandalon oder ein Stein des Anstoßes bezeichnet. Und ich hoffe, für dich, liebe Seele, ist der kein Stein des Anstoßes höchstens zum Heil, aber nicht zum Fallen in die ewige Verlorenheit in der Hölle, sondern dass du auch gerettet wirst für die ewige Herrlichkeit. Der Stein des Anstoßes. Da möchte ich abschließend zwei Beispiele uns erzählen. In Messina erschien eine Zeitung, die hieß Telefono und in der Weihnachtsnummer im Jahre 1908, also vor jetzt 107 Jahren, da erschien ein Weihnachtsgedicht, was gar kein Weihnachtsgedicht war, sondern ein Spottgedicht. Es gibt ja auch heute viele Spötter und wir sollen nicht sitzen, wo die Spötter sitzen. Da haben sie also zu Weihnachten, wie es auch heute leider in vielen weltlichen Zeitschriften erscheint, ich nenne jetzt gar nicht mal die Spiegel und wie die alle heißen, ja, würde ich nicht empfehlen zu lesen. Da erscheinen dann auch immer wieder spöttische, abwertende Darstellungen über Jesus Christus. Und so war es auch damals 1908 in dieser Zeitung Telefono eine gereimte Weihnachtsbetrachtung, so kann man es nennen, erschien damals. Und die lautete folgendermaßen, ist also jetzt für uns bitte kein Gebet, ja, nur zum Zitieren lese ich das vor. Oh, du kleines Kinderlein, das nicht wahrer Mensch allein, nein, auch wahrer Gott will sein. Um deines Kreuzes willen begehren, wir deine Stimme zu hören. Bezeuge dich uns, die wir leben. Schick uns nun ein Erdbeben. Habt ihr das alle verstanden? Schick uns nun ein Erdbeben, hatten die in ihrem Spottgedicht geschrieben in der Zeitung, die in ganz Messina und Umgebung verbreitet wurde. Nun, was ist geschehen? Acht Tage nach dem Erscheinen dieses Spottgedichtes, Am 28. Dezember 1908 wurde Messina durch ein so schweres Erdbeben heimgesucht, bei dem fast 90.000 Menschen das Leben verloren. Gott hatte dieses Spottgedicht erhört. Und wenn heute gespottet wird über unseren Herrn Jesus Christus, hört Gott ganz genau, was geschieht und wird die nicht ungestraft lassen, die das tun, früher oder später, spätestens beim jüngsten Gericht. Auch die Familie des Verfassers dieses Spottgedichtes kam ums Leben. Er selber überlebte und wurde wahnsinnig. Das ist ein negatives Beispiel, wo Jesus ein Stein des Anstoßes war und viele Menschen dadurch zu Fall kamen. Jetzt möchte ich ein Beispiel bringen, das negativ anfängt, aber positiv endet zum Abschluss. Ein Prediger in England hatte eine Anzahl Vorträge gehalten, um die Wahrheit des Christentums nachzuweisen. Ich habe ja auch mal eine kleine Schrift geschrieben, Gott lässt sich beweisen. Und so ähnlich hatte auch in früherer Zeit einmal ein geistlicher, ein Prediger in England, versucht auch in einem Vortrag die Wahrheit des Christentums nachzuweisen. Wir können tatsächlich beweisen, dass Gott existiert durch die erfüllten Prophezeiungen, auch aus der Schöpfung, durch das Sprechen zum Gewissen und vieles andere. Nun und am letzten Abend dieser Vorträge kam damals ein bekannter Gottesleugner, ein Atheist und hörte zu. Schließlich sagte dieser gottlose Mann vor der ganzen Versammlung zu dem Prediger, ich glaube nicht an ihre Lehren, ich kann sie nicht annehmen. Und dann antwortete der geistliche Mann und sagte, lieber Mann, Sie haben seit Jahren etwas verurteilt, was Sie nie geprüft haben. So ist es meistens. Wenn die Leute so spotten, die haben die Bibel meistens gar nie gelesen oder nur irgendwelche Zitate negativ so gehört in Zeitungen oder sonst wo oder im Fernsehen, aber Sie kennen die Bibel gar nicht wirklich. Das werdet ihr auch auf der Straße immer wieder feststellen. Also der hat etwas verurteilt, etwas nie geprüft hat. Und der Prediger fragte ihn jetzt, sind Sie bereit, sich von mir, der ich das Christentum geprüft und dessen Wahrheiten erfahren habe, anleiten zu lassen? Sind Sie da bereit, ein Experiment praktisch zu machen? Und dann sagte er, gewiss, darin will ich Ihnen entgegenkommen. Und vor der ganzen Versammlung nun wurde, ich sage mal, es begann als Experiment praktisch durchgeführt. Und dann sagte der Prediger, dann kommen Sie hier nach vorne neben mich hin und sprechen Sie mir die einfachen Worte nach. Gott sei mir Sünder gnädig. Aber die Antwort war dann, ja gut, ich will das tun, aber ich glaube ja nicht an Ihre Lehren. Und dann sagte der Prediger, naja, wenn Sie ehrlich genug sind, diese Frage zu prüfen, dann kommen Sie jetzt nach vorne und knien Sie nieder und sprechen Sie, Gott sei mir Sünder gnädig. Und die Versammlung saß in großer Stille da, als dieser bekannte Gottesleugner nach vorne kam, auf die Knie ging und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Er sagte es mit fast spöttischem Ton und dann stand er wieder auf. Und dann sagt der Prediger, jetzt geht das Experiment weiter, jetzt gehen Sie nochmal hin und sprechen Sie nochmal aus. Gott sei mir Sünder gnädig. Jetzt tat er es nochmal in einem schon etwas gedrückteren Ton. Offenbar kam er ins Nachdenken. Und dann beim dritten Mal, wo er es widersprechen sollte, dann tat er es in einem schon demütigen Ton. Und beim vierten Mal, als er wieder niederknien sollte und das Sprechen, dann tat er es schon freiwillig und sagte in einem flehentlichen Ton, Gott sei mir Sünder gnädig. Amen. Ich lade euch ein zu einer Gebetsgemeinschaft.